Oh, ein Drecksgeschwätz. Das ist kein Drecksgeschwätz. Das ist Drecksgeschwätz. Wenn Sie wüssten, was wir alle schon sicher haben für die neue Saison. Aber nicht, wenn ich mich klein mache. Ihr gebt mir ja gar nicht die Chance, mich klein zu machen. Seht ihr, da unten bin ich absolut ungesichert. Könntet ihr jetzt bitte aufhören zu werfen? Ich bin bereit! Ich bin bereit. Ich bin in Form. Ich bin bereit. Ja, ganz genau. Ich bin bereit. Jederzeit. Ich bin bereit. Okay, dann wird's wohl Zeit, dass jemand ordentlich was auf die Nuss kriegt. Oh, 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 oh. Ja, Tadeus. Ja, Tadeus. Herzlich willkommen im salzigen Spucknapp. Wie hart bist du? Wie hart ich bin? Wow! Oh! Wow. Hast du noch mehr Tattoos? Ich denke nicht, dass das nötig sein wird. Danke. Und jetzt mit einem Zusatzgewicht von zwei in Zahlen zwei Marshmallows. Und jetzt mit einem Schuss? Ja, Tadeus. Ja, Tadeus. Wie hart ist das? Ja, Tadeus. 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 Alle. Rolltreppen, Rolltreppen, Rolltreppen. Rolltreppen. Alle. Der Turnschuhmann. So super schnell wie er, rennt kein anderer. Soll ich schnell mal eben auf den Berg da rennen? Soll ich's gleich nochmal machen? Der Turnschuhmann. So super schnell wie er, rennt kein anderer. Soll ich schnell mal eben auf den Berg da rennen? Soll ich's gleich nochmal machen? Komm, Spuck's aus, wo ist der Name? Guck mal, der hat der Name. Oh, ich dachte. Können wir doch nicht den Namen ausgeworfen? Ah!